Wenn du in das Urwerk der Welt hineinreifen könntest, die Weichen anders zu stellen, zu welchem Tag würdest du reisen? Wenn es das ist, was ich denke, dann wird es unser Verständnis von der Welt grundlegend verändern. Die Zeit ist immer mit dir. Sie sieht und hört alles, was du tust oder sprichst. Zeitreise, das gibt es wirklich. Zeitreise, das gibt es wirklich.